Hallöchen und ein scharnurzeliges Willkommen zurück. Yeah! Ah! Geh weg! Wir sind jetzt gerade hier unterwegs, um gerade ein bisschen Steinens zu sammeln. Und gleichzeitig versuchen wir hier die letzten Notizen zu kriegen. Da gibt es noch eine Notiz, wo man noch Walnuss hier kriegt. Und die brauchen wir ganz dringend. Und bisher ist noch kein Lama-Drache hier gewesen. Dem wir hätten die Zähne einschlagen oder eher ausschlagen können. Pahm! Blödes Viech. Hab ich dir versehen nicht wieder die Spitzhacke übergezogen? Das tut mir aber leid, Schnuggi. Oh, da oben haben wir mal wieder ein Drachi. Mit einem Schlagzeug zwiebelt. Da kennt der Marseille hier. Kreisch! Kommt gleich wieder so ein Feuerbüppel um die Ecke. Ich muss mal so langsam hier... ...le Time im Auge palmen. Hallo! Tschüss! Eine Fledermaus. Na toll. Ich will keine Fledermaus. Ich will eine Notiz und jede Menge Stein und Kohle. Wo kann ich denn hier... ...schaut. 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 Also ich glaube, hier lohnt sich das echt, wenn man Steine farben will, ne? Nyaung! Da ist mal draußen wieder irgendwo eine Fliege vorbeigezwiebelt. Upsi! Warum fällt zur Zeit so viel ins Wasser? Ich hab doch die höchste... Ich hab doch das höchste Ansaugding. Warum zum Fick verliere ich immer noch Sachen? Das ist voll scheiße, ey. Boah, Kinder, jetzt gebt mir doch endlich mal die Notizen, die noch fehlen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh! Das war's für heute. Hab ich wirklich noch keine aufgehoben? Nee. Ich darf aber jede Menge an den Scheiß. Okay. Feuerbüppel, nerv nicht. Komm her jetzt. Bisher kamen wir doch ganz gut durch, nur ohne, dass wir eine Gießkanne gebraucht haben. Er fragt sich nur, wie lange das noch gut geht. Alter, du sollst nicht das da in deiner Hand halten, sondern du sollst zuschlagen. Oh, wie lange dauert das denn noch, bis diese Kacke droppt, ey? Ach, schau. Okay. Oh, was ist das? Ach, das ist, glaube ich, so eine Omnigeoden-Dingensbumens. Glaub mir, ich habe auf diesen Scheiß genauso wenig Bock wie ihr. und das. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich habe einen Stack Stein. Habe ich schon. Ich glaube, wir lassen es dann für jetzt gerade gut sein. Wenn wir eh schon den Stack voll haben. Wir machen jetzt nur noch wie immer das Nötigste. Was wir brauchen, um irgendwo durchzukommen. Weil ich glaube, das ist nicht sonderlich effizient, hier zu versuchen zu farmen. Über diese Steine. Ja, und schon wieder ist ein Goldbüppel weg. Ein Goldbüppel weg. Das ist hier im Grunde eigentlich nur so ein Bossraum oder so. Interessant. Oh. Ach, leck mich doch. Nee, Quatsch. Was könnte man denn wegnehmen? Da. Braucht kein Mensch. Ein Drachenzahn, der hier bei den Knochen... Oh, da oben ist noch eine. Klatschbüppel. Buch. Da haben wir ein Buch. Das wir schon haben. Flomp. Ladadil, doodle, die. Endlich mal hier ein paar Zähne. Das ist doch zum Mäuse melken, dass man überhaupt nichts von diesen Scheißdingern hier kriegt. Weg. Geh mir nicht auf meine Erfse. Was willst du denn? Weg. Wow. Das ist doch schön, dass die an Stellen sitzen, wo man nicht hinkommt. Danke, Spiel, ey. Das ist so furchtbar mit diesen Scheißviechern. Die hängen ständig in irgendwelchen Ecken, wo man nicht rankommt. Und wenn man mal rankommt, droppen diese Kackpratzen eh nix. Deswegen leck mich am Arsch. Ich werde die mir alle entschieden, ey. Ganz ehrlich. Das ist mir echt zu blöd, ey. Ich muss leider hier vorbei. Also die können durch sämtliche Wände und alles gehen. Ich bin gezwungen, hier zu warten und kann noch nicht mal irgendwas tun. Weil ich einfach nicht rankomme. Dreckige Mistviecher, ey. Dreckige Mistviecher, ey. Ach, das Ding haben wir schon. Dieser Eisstab. Aber können wir eigentlich trotzdem mal mitnehmen. Ach, braucht auch kein Schwein. So, wir sind durchgekommen tatsächlich. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und was haben wir gekriegt? Nix. Danke für nix. Entschuldigung, falls man es gehört hat. Danke für nix. Du verkaufst nicht zufällig die Zettelchen, ne? Was ist das denn? Hüttensänger-Maske. Bananenpudding. Luau-Rock. So, ich geh pennen. Gute Nacht. Oh, ich geh pennen. Hm-hm. Hm. Buh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh! Buh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-bleh-ble wieder eine Menge. Da fällt jetzt bestimmt die Hälfte erst mal ins Wasser. Nein. Sehr gut. Hallo. Ähm, was hat der eigentlich? Boah, Kines, übersetzt mich doch nicht so. Ach, erschreckt mich doch nicht so. Übersetzt mich doch nicht so. Was labere ich für eine Scheiße heute wieder? Ähm. Ja, komm, beilig. Noch das Jahrhundert. Tropisches Curry. Golden Pumpkin. Monster Mushroom. Alter, das ist zuhörig. Oh, dieser gealterte Blue Moon Wein. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Freund. Oh, Entschuldigung. Ach, warte. Oh, vielen Dank. Oh, die reagieren jetzt sogar auf die Geschenke, die man ihnen gibt. Oh, ist das dieser feine Wein, äh, von, von Blue Moon, von dem Blue Moon Weingarten. Oh, vielen Dank. Die ist sehr akkurat von dir. Oh, die ist sehr akkurat von dir. Hier ist so trist. Es ist auch immer eine andere Melodie, glaube ich. Äh, habe ich Iridium? Ich will das mal ausprobieren. Hä? Schießt alle 4,6 Sekunde Eiskugel. Ach so, das meinen die damit, dass das variiert. Ich wollte dich. Ähm, äh, äh. Hm. La, 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 la. Pizza. Die Samen-Gruppe. Wo hatte ich denn die Bücher? War das da hinten? Ja. Oh, Fledermause, das habe ich hier noch gar nicht. Das kommt alles raus. Das kommt alles hier irgendwo hin. Wo hatte ich die? Da, glaube ich. 3,6, 2,6, 4,6, 3,4. Der hätte ich in der Kampfsituation heilt. Da kann ich drauf verzichten. Das bringt ja mal gar nichts. So. Müssen wir draußen noch das Zeug rausschmeißeln. Und dann müssen wir unsere Samen noch machen. Aber das machen wir dann auch in der nächsten Folge erst. Sonst wird das hier wieder viel zu lang. Also in diesem Sinne, ich bleibe hier mal stehe. Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.